Yo Leute, herzlich willkommen zu einem Video von meinem Kanal, tpgdv, Leute. Heute gibt es wieder eine saftige Runde Fortnite. Ich habe heute Duo gezockt mit dem guten Martin. Alle meine richtig geilen Duo-Runden sind eigentlich mit Martin. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall sind wir zusammen hier in Paradise gelandet. Wir wollten eigentlich eine ganz entspannte Runde spielen. Paradise war ganz am Ende der Flugzone und dachte uns, komm, wir zocken erstmal ein bisschen und zwar. Und spielen auf ganz entspannte Sache ein Ründchen. Und dabei ist eine richtig geile Runde entstanden. Die Runde hat richtig Bock gemacht, ich weiß nicht warum. Für jeden Fall habe ich 15 Kills am Ende gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay. Und ja, ich versuche mir jetzt langsam mehr Mühe mit dem Schneid zu geben, wie ihr hoffentlich merkt. Und ja, das wird man auch sehen. Aber ich denke, ich werde mich noch verbessern. Also schreibt Verbesserungsvorstellungen in die Kommentare. Lasst ein Like, wenn euch das gefällt. Abonniert, falls ihr den Namen geplant habt. Glocke aktivieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Gameplay, Leute. Ich denke, was war mit ihm denn? Also, er hat nur ein Revolver. 25, halt. Ja, aber das ist so, wie anders und ich, ne? Soll ich nochmal? Gleich geht. Einer nockt. Schön. Einer sitzt da oben. One shot, one shot. Komplett one shot. Schön. Gegner? Jo. Ich bin hier gelandet. Einer ist ein Bord. Nein, nein. Noch ein Hitch. Lenk ihn ab. Noch einer. Gut. Gut. Net number hit. Gut. Okay. Er hat nen Chuck Chuck und so Digga Oh sauber Das war köstliches Aiming gerade Mach schnell Oh Mads Digga Ja ich brauchte Mads Ich hatte echt Ich hatte null Mads Ich konnte dich nicht mehr zubauen Deswegen musste ich schnell Mads holen Wuh Endlich hat das Pumpgun-Aim wieder gestimmt Ich hör immer noch Schuss Ach bitte kommt jetzt nicht zu uns die beiden Nein 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 Wir müssen den Jagger auf rein Und dann Das feiern so Und wir snipen noch weiter Wollen wir Jump händen? Ja auf jeden Mach mal eins klar Vertrauen mir vertrauen mir jetzt Ja hab schon Das war's komplett Ja du hast auch noch welche Du nimm nimm eigenes nimm eigenes Ach Digga Was ist? Ich hab beide Jump Händen jetzt gehauen Weil immer ein Baum wieder war Was denn was? Schön, 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 schön Links noch ein weiterer am Pieken Oben auf dem Haus drauf Ja ich weiß Ich hab zwei hier geholt Nice Und ohne was zu sagen Ja weil du nicht da warst Was soll ich denn sagen? Das ist richtig Hat ja nichts gebracht Natürlich triffst du mich Ey ich hab alles full an Metz Digga Wollen wir die pushen? Eigentlich Es ist nur einer meiner Ja dann pushen die Digga Hier sind zwei Okay Äh sieben Äh siebzig blau Oben Nox Yo 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 Ich krieg nen Sniper Hit leider Was? Kehrst du alleine kurz? Jo Alles gut Dürcher Ich hab einen Es nur noch einer Ja trink Trink meine Bigness kurz aus Er wurde mir geklappt Vorsicht Vorsicht Was? Ich hab ihm 176 gegeben Digga Und dann hat er Und er war one shot Und dann hat er gesniped Digga In meiner Box drinne Und er hat dann gesniped Hier oben ist ein Mad Kid Digga Das mitnimmt Boah die machen so heftig Auge ne Ey ich wurde auch gesniped Wir haben Zone Digga Ich hab gleich ein Lagerfeuer für dich Ich hab gleich ein Lagerfeuer für dich Keine Heestaff mehr dabei Ich sind ja noch nie Hast du noch keine Bigness mehr? Ich hab die ausgetrunken Warum Digga Ich hab Promenys Sag doch was Ja weil ich sie brauchte alter Ja sag doch dass du Sag das doch Digga Na ja Der oben im Haus war auch noch nie ja ich habe ja auch noch ich könnte jetzt das letzte gebrauchen ich bin doch da ist es wie viele auch noch leben alle acht leute ich hab zehn kills vor mir direkt ich gebe mir gerade lagerfeuer habe ich noch den ein genau ist es ist irgendwie auf dem piek hier auf dem törtel ich kann nicht mal ich muss über das lagerfeuer jetzt habe ich 120 er hätte 120 gedulden edit in schlecht komme ich klein jetzt nein ich habe verkackt der stelle kommt scheiße ein massen damit klar machen ja wichtig tun macht man kommt mir ja ich bin da ich habe selber eins ja ja ok 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 klar angeht ich habe zwei stück sie müssen im haus eigentlich. Ja, die sind safeness im Haus. Ey, kann ich beide haben? Kann ich beide haben? Kann ich beide haben sonst? Nein, bei mir! Digga, das ist ein Mobile-Spieler. Ich schwöre, das ist ein Mobile-Spieler. Bitte lasst uns beide haben, Martin, okay? Ja, ja, ich mach das. Ich baue nur. Ey, geh in die Sonne, geh in die Sonne. Das war intensiv, ey. Absolut. Nice. Nice. Klipp, Alter.